Ich glaube, es gibt zwei Aspekte in dem Urban Sketching, die hier sehr gut zum Ausdruck kommen. Der erste Aspekt ist, dass man etwas zusammen macht. Es ist nicht, dass jeder Einzelne für sich etwas macht, sondern dass man zusammenkommt und etwas macht. Der zweite Aspekt des Urban Sketching ist, dass man vor Ort zeichnet, also das, was einem vor der Nase steht. Also nichts, je nachdem wann man sucht. Das sind nicht irgendwie systemisierte Motive, sondern genau das, was wir hier in Wettig an der Landstrasse gefunden haben, das haben wir gezeichnet. Es gibt ein paar Aspekte nicht. Grundsätzlich ist Urban Sketching, dass man zeichnet. Also, dass man nicht irgendwie fantastische Kunst produziert, sondern einfach festhalten, was man aus der Beobachtung zeichnet. ... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Danke vielmals, Fahri. Danke. Danke.